Okay, er ist richtig schlecht, aber ich finde ihn geil. Die Situation ist cool. Grüße an den Original-Wetz von Olli. Ich mache eine Konkurrenz. Uwe, ich habe ihn wie geil. Es ist jetzt halb acht. Ich muss aufstehen. Trainingstag beginnt. Jeden Morgen Eier, absolute Pflicht. Und das Allerwichtigste, elektrische Salzstreuer. Ich mache vor 15 Uhr, direkt von zu Hause losgefahren. Zum Physio habe ich gleich Physio. Was sitzt auf einem Baum und macht Aha. Ein Uhu mit Sprachfehler. 9.30 Uhr, die erste Einheit von heute steht an. 40 Minuten laufen und ein paar Bergspenze. Training 1 ist done. 12 Uhr, Mittagszeit. Ich hatte das Glück, in einem Gasthaus groß zu werden. Meine Eltern haben eine eigene Wirtschaft. Das bedeutet für mich, umsonst Mittagessen. Mahlzeit! Jetzt muss ich ein bisschen Büroarbeit machen. Zum einen, nächste Woche geht es für mich zum Praktikum. Ich werde fünf Wochen beim FC Bayern München zum Praktikum machen dürfen. Organisiert durch meinen Mentor. Zum anderen muss ich noch ein bisschen was fürs Studium machen. Und dann werde ich mir noch ein Mittagsschläfchen gönnen. King of the Ring steht auf dem Programm. Gewinner bleibt in der Mitte. Verlierer muss immer raus. Vertreiergruppe. Intensiv. Macht aber Spaß. Das zweite Training ist rum. War cool. Ich bin jetzt zu Hause. Wir haben es halb zehn. Bin jetzt auch froh. Noch kurz was essen. Bis dahin. Alles Gute. Macht's gut. Euer Aus. Aberdeine. Jünger. Und? Wies. BaFin. Sie. warten. Guild ans. Sie. 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 Sie.